Der Zooner Mikrofon mit einem neuen Trick, wie ihr schneller leveln könnt und zwar ist die Challenge Trageverkleidung jetzt online. Das könnt ihr bei einem NPC machen, einfach hingehen und unten rechts hier dieses E-Cognito-Männchen auswählen. Für 75 Goldbarren verwandelt diese euch dann in ein Objekt. Das Ganze hat 5 Stufen von 3 bis 200 geht das Ganze und ihr könnt das hier relativ schnell durchspannen. Gebt Goldbarren aus, macht ihr natürlich direkt automatisch mit von 1000 bis 100.000 und wenn ihr jetzt 200 Mal, also die ganze Verkleidungsstempelkarte fertig macht, mal 75 Goldbarren, kostet euch das 15.000 Goldbarren. Seid damit also bei der Goldbarrenstempelkarte direkt mal in Stufe 3 bzw. kurz vor Stufe 4. Also kombiniert das hier unbedingt, bevor ihr Gold für irgendwas anderes ausgibt und das hier nicht mehr schafft, weil wenn ihr Stempelkartenjäger seid oder gute XP machen wollt, dann einfach hier beides kombinieren und euer Goldbarren in die Objekte stecken. Ich hoffe, das Video hilft euch beim Labeln, hat euch gefallen und wenn ihr neu auf meinem Channel seid, dann lasst mir unbedingt ein Abo da, damit ihr auch zukünftig nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch frohe Festtage und frohe Ostern. Haut rein!